Also der Glitch ist relativ einfach, ihr sucht euch hier einfach eine Waffe die ihr level wollt. Danach geht ihr den Weg so wie in diesem Video. Jetzt müsst ihr euch nur noch hier hinlegen und AFK gehen. Wenn ihr jetzt wieder da seid, lauft ihr einfach zu A, lässt ihr vom Pod skillen. if Thrive er ist. Die neue scalingen thurs. Wegen WN packages. Für die am besten. In Lockdown Plus gibt es nur 2 Probe. Dass alles da 빼z Nope. Wir geben hier um nouvelle Retour. Jetzt müsst ihr nur noch die Zeit runterlaufen lassen, somit wäre die rausgekickt und bekommt die XP. Bis zum nächsten Mal.